VOR LANGER ZEIT Der böse Zauberer war natürlich wütend, dass die Bauern es wagten, sich ihm zu widersetzen. In einer dunklen, nebligen Nacht beschloss der böse Zauberer, ihn das Land mit Gewalt wegzunehmen. So tötete er in jener Nacht alle Bauern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich nehm den Dinosaurier von Milch. Was ist das hier? Hier ist sogar eine DVD. Das ist ein Vanilltje. Ey, das nehm ich von Milch. Also hab ich zwei Sachen Vanilltje. Eine Sache Vanilltje und zwei Vanilltje noch.